hi leute willkommen bei clever angeln heute bin ich mal an der diemel in wabern bin ich eingeladen von einem aus unserer angelgruppe dass ich auch mal herkommen sollte und dann zeige ich euch mal wie das hier so ein bisschen aussieht wir sind hier mitten im feld der baumreihe folgend ist der fluss hier so eine gute 90 grad kurbel und hier ist die diemel an dieser stelle recht flach und ungefähr 15 meter breit und ja ich habe mich wie immer ausgebreitet meine ruten liegen schon hier hier ist mein camp für heute nacht im prinzip alles noch schön aufgeräumt das wird sich gleich noch ändern wie immer naja und da wollen wir mal hoffen dass heute was geht also mir wurden hier forellenmöglichkeiten und alle versprochen dann schauen wir mal der kollege das ist der max zudem gehen wir jetzt mal rüber der hat sich so 25 meter oberhalb von mir aufgebaut hat sich natürlich die geile ecke mit den unterspülten bäumchen gesucht er hat auch schöne kurze ruten mit so nicht so wie ich du hast übrigens fängste mit der einen am zweiten ring und das ist eine gebrauchte fiederrute und was ich bei ihm toll finde er angelt wesentlich minimalistischer weg da brauche ich nicht so ein ast abzuschleppen wie gesagt hier wird er heute abend versuchen ein paar arle zu fangen oder irgendwas was schuppen hat ja genau man weiß es nicht so und wenn die nächsten kollegen kommen dann gibt es dann auch messe videos um hier als gastangler zu angeln musst du dir an der eultankstelle kasslerstraße 47 in warburg da kannst du dir eine gastkarte holen und dann darfst du hier auch als gast angeln das ist ganz schick deswegen bin ich halt heute hier und darf hier angeln und dann ich habe mich spontan für den platzwechsel entschieden weil die ecke einfach für mich als ortsunkundigen noch mal ein bisschen schöner aussieht ich zeige euch das mal und zwar bin ich jetzt in der außen kurve ein stückchen fluss abwärts roten stehen schon hier ist das camp weil hier kann ich schön unter die bäume da vorne angeln da sind unter da sind unterspülte wurzeln beziehungsweise ein baum bis ins wasser und vom roten schnurwinkel her würde ich sagen hier ist es auch ein ticken tiefer und ich bin ja fan von etwas tieferem wasser deswegen habe ich noch mal den platz gewechselt ungefähr 40 meter fluss abwärts eben und ein vorteil ist eben dadurch dass ich heute nur lange routen dabei habe hier ist habe ich keine äste über dem kopf und deswegen habe ich mich jetzt hier ausgebreitet hoffen wir mal dass es funktioniert halb neun da kommen die nächsten ich hatte gerade auch die allerersten bisse und man hat mir empfohlen ich soll sie ignorieren so lange bis ordentlich was bis es nicht nur zuppelchen sind sondern bis es losläuft ist natürlich schwer für mich als wilder wilder aber wie gesagt da kommen die nächsten bis hin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020